Die Wagenknecht-Partei. Gefahr für AfD und Linke? Diese Frage haben die Kollegen von Funk bei, die da oben in ihrem neuen Video aufgeworfen und erklärt. Und das heißt eben schlicht im Kratex. Sarah Wagenknecht könnte eine Partei gründen, die der AfD und der Linken zugleich den Rang ablaufen könnte. Ein Szenario, das seit Mitte, Ende 2022 ungefähr durch die Medien schwirrt. Oft wird gesagt, dass so eine Partei ziemlich erfolgreich sein könnte. Aber ist das wirklich so? Denn das Gründen einer neuen Partei und dieser dann aufzubauen ist schwierig. Und es würde auch bedeuten, es gäbe gleich noch eine weitere linke Partei, die mit den zahlreichen anderen linken Splitterparteien, mit den mittelgroßen Splitterparteien um Aufmerksamkeit buhlt. Sollte Wagenknecht eine eigene Partei gründen? Ja oder nein? Oder ich weiß es nicht oder was ganz anderes? Schreibt es mir jetzt in die Kommentare. Wir schauen uns an, warum eine neue Wagenknecht-Partei es eben nicht einfach hätte. Und ich spreche außerdem mit dem Co-Parteichef der Linken, Martin Schödewan, über dieses gesamte Themenkonstrukt und schaue, was er zu all dem sagt. Und damit willkommen zurück. Und weil es jetzt eben schon 2023 ist, könnt ihr ab sofort auch eure Steuererklärung für 2022 frühzeitig einreichen und das mit Steuerbot jetzt machen und Geld zurückbekommen. Durchschnittlich bekommt man ja so 1072 Euro vom Finanzamt zurück. Ist nur allerdings schwer alleine auszufüllen, diese Steuererklärung. Ich kenne es aus eigener Erfahrung und Steuerberater sind teuer. Deswegen verwendet den heutigen Partner des Videos nämlich Steuerbot und zahlt erstens wenig für eure Steuererklärung und zweitens bekommt ihr mit dem Code oder dem Link auch nochmal 10 Euro Rabatt. Eine Freundin von mir hat es übrigens auch gemacht und hat innerhalb von ungefähr 20 Minuten ihre Steuererklärung gemacht. Nach dem Video gebt ihr euch einen Ruck und macht jetzt einfach schon mal eure Steuererklärung, denn ja, das muss so oder so gemacht werden. Und damit unterstützt ihr auch noch hier meinen Kanal, wenn ihr eben den Code oder den Link in der Beschreibung oder im angepinnten Kommentar verwendet. So, zu Wagenknecht. In meinem Community-Tab hat übrigens Open Mind, Grüße gehen raus, kommentiert und zu dem Thema gesagt, Zitat, Genau diese Frage habe ich Martin Schildewan gestellt. Seine Antwort dazu gibt es gleich. Doch wir müssen, glaube ich, erstmal klären, was eigentlich schlechter Performance heißt. Und ist Wagenknecht für diese ganzen Parteiaustritte, die wir gerade auch sehen, überhaupt verantwortlich? Da hätten wir auf der einen Seite natürlich die Wahlumfragen. Zum einen auf Bundesebene. Hier lag die Linke bis Mitte 2021 im Prinzip ja konstant zwischen 7 und 10 Prozent. Erst der Bundestagswahl 2021 zeigte sich ein deutlich schlimmerer Zustand. 4,9 Prozent waren es nämlich da am Ende. Seitdem liegt die Partei bei dieser wichtigen 5-Prozent-Marke. Mal mehr, mal weniger. Was viele vielleicht aber in der Debatte verkennen und was wichtig ist in dem Kontext ist, dass die Linke, anders zum Beispiel als die CDU, die Grünen, die AfD, die FDP und die SPD, also im Prinzip alle Parteien, die sonst noch so im Bundestag sind, die geringsten prozentualen Fluktuationen hat, also am wenigsten nach oben oder unten ausschaut. Gut, gleichzeitig sind sie aber auch die schwächste Partei der großen Parteien im Bundestag. Ein Ausscheiden aus dem Bundestag ist für die Linke eigentlich ein No-Go. Aber vielleicht hier ein kleiner, aus Sicht der Linken, ein kleiner Hoffnungsschimmer. Denn auch wenn, wie viele Berichten, die Partei innerlich gespalten ist, spätestens seit Anfang 2022 im Zuge des Ukraine-Kriegs, kann man zumindest mal in Prozenten auf Bundesebene, auf Grundlagen dieser innerlichen Spaltung, keine Senkung der Wählerschaft erkennen. Also der Bogen der Wählerschaft, der Wahlumfragen geht seit Anfang 2022 zumindest mal nicht deutlich nach unten. Er bleibt nur relativ konstant gleich, was erstmal aus Sicht der Linken gut ist. Offizielle Erkenntnisse darüber, warum das so ist, die gibt es nicht. Man kann also nur interpretieren. Man könnte natürlich auf der einen Seite sagen, ja, vielleicht schafft es sogar Wagenknecht, hier Leute an sich zu binden. Vielleicht hätte die Linke auch weiter verloren, weil man sich zumindest am Anfang mehr an der Regierung orientiert hat. Man könnte es aber auch ganz andersrum sehen, dass man sagen kann, naja, die Partei hätte das Potenzial gehabt, wenn Sarah Wagenknecht nicht gewesen wäre. Aber vielleicht habt ihr eine Theorie. Schreibt mir die mal unten in die Kommentare. Also aber diese konstanten Prozentwerte steht gegenüber, dass vor allem die AfD in Prozenten hinzugewann und aus der Krise gewinnen konnte, genauso wie die CDU und CSU. Schlechter Performance heißt aber auch, dass die Linke seit Jahren keine Mitglieder mehr hinzugewinnte. Anders als die Grünen, hier seht ihr es übrigens noch eingeblendet, oder auch die FDP. Und es gab Ende 2022 auch Berichte darüber, dass zahlreiche Mitglieder im Oktober binnen weniger Tage aus der Partei austraten, zwischen dem 8. September und 10. Oktober. Von mehr als 800 Mitgliedern ist die Rede. Die Austritte sollen im Zusammenhang stehen mit Wagenknecht und ihren Aussagen zum Ukraine-Krieg. Das größte Problem ist ihre grandiose Idee, einen beispiellosen Wirtschaftskrieg gegen unseren wichtigsten Energielieferanten vom Zaun zu brechen. Ja, natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. Natürlich ist der Krieg in der Ukraine ein Verbrechen. So, und zuletzt kommt auch noch ein Wählerschwund im Osten dazu. Eine Gegend, wo die Linke historisch gesehen eigentlich dominierte, wo jetzt aber die AfD die Oberhand als neue Partei, als andere Partei neben der CDU und der SPD vor allem die Oberhand hat. Viele sagen jetzt ja, dass eine neue Partei, eine Wagenknecht-Partei, auch einige AfD-Wähler überzeugen könnte, sich hier anzuschließen. Das würde ja zumindest in Teilen auch voraussetzen, dass weder der Linken in der Vergangenheit zur AfD abwanderten und man viele dahin eben verlor. Das stimmt allerdings in vielen Fällen nicht. Denn wenn man mal einen Blick auf die Wählerwanderung wirft von der Bundestagswahl 2021 und an wen die Linke die meisten Stimmen verlor, dann sehen wir hier die SPD und die Grünen ganz weit vorne. Dann kommen Nichtwähler und sonstige Parteien. Dann die FDP und dann erst die AfD. Ganz wichtig, hinzu kommen auch Tendenzen, dass die AfD immer weniger als Protestpartei wahrgenommen wird. Zum Beispiel in Niedersachsen bei der vergangenen Landtagswahl. Hier meinten viele Wählerinnen und Wähler, dass die AfD aus ihrer Sicht schlicht und ergreifend Kompetenzen bei bestimmten Themen hätte. Hier, auch im Saarland zeigt sich ein ähnliches Bild. Ja, richtig ist, dass die Enttäuschung von anderen Parteien dort im Speziellen immer noch ein wichtiger Grund ist, die AfD zu wählen. Aber die Überzeugung für die AfD bei den Wählerinnen und Wählern der AfD steigt. Und wenn sich das weiter ausprägt, dann wird ein Wechsel zu einer anderen Partei, wie einer Wagenknecht-Partei, immer schwieriger. Und an der Stelle möchte ich noch ein kleines Gedankenexperiment einwerfen oder aufwerfen. Eine kleine These in den Raum werfen. Denn stellen wir uns doch mal vor, Wagenknecht gründet jetzt die Partei. Und die wird relativ erfolgreich, schafft es vielleicht sogar in den einen oder anderen Landtag oder auch in den Bundestag und könnte beispielsweise auf Landesebene oder auch Bundesebene mit der linken Partei eine Regierung bilden. Das würde aber eben auch bedeuten, dass diese Parteien zusammenarbeiten müssten und sehr wahrscheinlich Kompromisse schließen müssten. Dann stünden beide Parteien mal so rein theoretisch wieder an der gleichen Stelle, wie sie aktuell schon stehen, innerparteilich. Nur hätten beide für sich allein klarere Profile. Würden sie aber gemeinsame Sachen miteinander machen, würden sie diese eben wieder verlieren. Es käme womöglich also auf das Gleiche hinaus, wie wenn sich beide Lager in der Linken aktuell auf einen Kompromiss einigen würden. Also eine Neugründung mit der Hoffnung, viele AfD-Wähler oder Wählerinnen zurückzugewinnen und gleichzeitig der Linken den Platz streitig zu machen, ist gar nicht so einfach, wie sich das vielleicht der ein oder andere vorstellt. Hinzu kommen auch noch Faktoren, die die da oben beispielsweise auch schon behandelt haben. Also dass Wagenknecht beispielsweise nicht unbedingt dafür bekannt ist, solche Projekte erfolgreich auf die Beine zu stellen, wie man in der Vergangenheit bereits gesehen hat. Oder dass sie nicht so gut darin ist, Leute zu mobilisieren. Mal abgesehen von ihrem YouTube-Kanal, da scheint es zu funktionieren. Ich habe auch mit dem Co-Vorsitzenden der Linken, Martin Schödewan, gesprochen über genau diese Situation. Und das sagt er dazu. Open Mind, größerer YouTuber auch, wollte wissen, möchte von Ihnen wissen, Warum wird immer so getan, als wäre Wagenknecht für die schlechte Performance der Partei verantwortlich, obwohl sie mit Abstand einer der beliebtesten Politiker ist? Ich glaube ja, dass das Gegenteil der Fall ist. Wenn mehr so Leute wie Sie wären, wären die Partei erfolgreicher. Die Jahre, wo sie Spitzenkandidatin war, waren die einzigen, wo ich die Linke gewählt habe. Das ist eine wirklich interessante Frage, weil ich ehrlich gesagt den Zusammenhang an der Stelle nicht so richtig sehe, wir unterliegen als Partei gesellschaftlichen natürlich auch Tendenzen. Wir müssen daran arbeiten, wieder stärker zu werden und das gemeinsam. Also ich sehe nicht, dass irgendjemand sie verantwortlich macht. Also ich mache das zumindest nicht für den Zustand, in dem wir sind, sondern verantwortlich für den Zustand, in dem wir als Partei sind. Und das ist eine schwierige Situation. Es ist vor allem, dass wir nach außen hin nicht klar und klug kommuniziert haben in den letzten Jahren und einfach auf die gesellschaftlichen Konflikte nicht so reagiert haben, nicht so intensiv interveniert sind und gesellschaftliche Konflikte, wie wir es hätte machen sollen. Das ist meine Politik, die werde ich umsetzen und ich denke auch, dass wir damit wieder erfolgreicher werden. Schauen Sie eigentlich selbst den YouTube-Kanal von Wagenknecht, der scheinbar sehr erfolgreich ist? Nein, eigentlich nicht. Manchmal sehe ich ein paar Auszeuge daraus. This is Dark, wollte auch noch wissen, richtet Sarah Wagenknecht nicht möglicherweise mehr Schaden an, als dass ihre Parteimitgliedschaft einen Nutzen hat. Und wie kann man es gerechtfertigen, Sarah Wagenknecht salonfähig zu halten, nur um Fraktionsvorteile zu genießen? Das finde ich auch eine interessante Frage, weil genau die unterschiedliche und komplett andere Wahrnehmung ist, dessen, was gerade gefragt wurde. Und das ist, glaube ich, tatsächlich so, dass wir im Moment als Partei polarisieren, auch in die ein oder andere Richtung, in der Außenwahrnehmung, in der ein oder anderen Richtung anschlussfähig sind. Und das geht halt darum, tatsächlich diesen Zustand wieder zu überwinden und eine Gemeinsamkeit herzustellen in der Ansprache, in die Bevölkerung, um das Vertrauen wieder zu gewinnen, was wir in Teilen verloren haben. Sie haben vorhin ja gesagt, dass Sie es vielleicht ein bisschen unterschätzt haben, dass man 16.000 Meinungen hören muss oder dass Leute, jeder was zu sagen hat, jeder was sagen möchte. Ich habe mich gefragt, ist das Thema Russland eigentlich aktuell so ein Thema, wo man gar keinen Kompromiss mehr innerhalb der Linken finden kann? Also sind da die Meinungen, wie man damit umgeht, so weit auseinander, dass man irgendwann sagen muss, wir kommen dann nicht mehr auf einen Nenner. Und dann muss man schauen, was man dann damit anstellt. Ist das so ein Punkt? Nee, 60.000 Menschen... 60, Entschuldigung, nicht 16. Genau, 60.000 Menschen kriegt man, glaube ich, in Deutschland doch auch noch immer hinter eine Idee. Und unsere Idee ist die des demokratischen Sozialismus. Und wir müssen diese Idee mit konkreter Politik sozusagen auffüllen. Da geht es um Gleichheit und Gerechtigkeit in der Gesellschaft. Da geht es auch um Frieden an dieser Stelle, weil sie Russland ansprechen und den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg. Und da geht es natürlich auch um radikalen Klimaschutz. Und wir brauchen einen klaren Kompass als Partei, um daran arbeiten, Janine Wissler und ich auch, den zu entwickeln. Und das bezieht sich auch auf die Außenpolitik. Und das heißt zum Beispiel, dass wir ganz eindeutig sind in der Frage der Ablehnung dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges. Und ich bin mir sicher, da gibt es auch keine anderen Stimmen sozusagen in der Partei, was die Ablehnung dieses völkerrechtswidrigen Angriffskrieges gibt. Manche denken aber auch darüber nach, ob es eine Vorgeschichte zu diesem Krieg gibt. Und jeder Konflikt hat eine Vorgeschichte. Für mich heißt das aber nicht, dass in irgendeiner Form dieser Angriff zu rechtfertigen sei zum Beispiel. Und das mache ich auch immer deutlich. Und von daher muss man natürlich über europäische Sicherheit, über die Rolle Russlands in Europa nachdenken, miteinander diskutieren und auch wieder an einer einheitlichen Position arbeiten. Aber ich glaube, das wird gelingen. Und das gesamte Interview mit Martin Schildewan, sobald es online ist, findet ihr jetzt hier oben. Und hier unten drunter geht es jetzt zu meinem Zweitkanal, der Grundgesex heißt. Geht auch um Politik dort, aber alles Short-Formate. Also schaut da mal rein und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Danke euch fürs Zusehen.